Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Bowie ist wieder Bowie. Hallo Bowie. Hallo. Oh, und ich renn ihn hinterher. Das ist schon mal eine Metapher, was wir nur... Was man auf jeden Fall nicht so sagt. Oh, ich glaube... Ne, das ist der Elf. Oh, da ist der Killer. Mann. Bowie. Ja, aber ich lass halt los in dem Moment, wo... Ja, dann komm, dann... Er kommt eh nicht. Tut mir leid. Lass los, Sniggs hält dich am Generator. Der Scheck explodiert. Das ist ein tolles Spiel. Niago ist total böse. Bowie ist bei Spielhild. Was? 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 Da vorne ist ein Toten, falls du das machen magst. Ich weiß nicht, wo vorne ist, dann mach du den lieber. Ja, das war ich 100 Jahre suchen muss. Oh, hier ist auch das. Der Keller. Ich denke, sie geht direkt abfarmen. So streckt, wie du da hingerannt bist. Ja, er hat mich gesehen. Oh. Alter, die hinterher. Er hat mich noch getroffen. Ist das dein Ernst? Warte mir leid, dass ich da vorbeilauf. Ich will... Bitte verfolg mich. Verfolg mich. Oh. W勝usat doch nicht. Wie? Ja. Palette. Er hat Gas da hingeschmissen, wo die Palette ist. Ey, das ist ein guter Mut von ihm eigentlich. ich gehe 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 der meiste welch meister Ah. Kann ich einfach abbauen. Ja. er kommt aber auch nicht er verfolgt ja ja weil sie liefern unsere richtung mal da vorne ist ein totem magst du das machen ja mach du nee mach nein ich will was kann sein dass es jetzt mich an einem generator der nicht so weit weg er hat dieses ding dass man dass wenn er durch finger geht dann kommst du da nicht mehr durch durch fenster ja durch dinge wo bist du denn bist du noch in der nähe ja ich bin bei jane sie macht einen generator ich dachte ich muss mich mal zu ihr weil ich habe ich dich schon ja wo bist du denn egal dann gehe ich hin und befreie ich befreie ich befreie doch nicht er ist tot ja 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 ich habe drei generatoren den sollte ich vielleicht auch nicht machen ja was sind denn die anderen ach guck mal da ist Bowie ja sehr vorsichtig kann doch sehr erst da von rechts kommen ja ok dann lass uns den nur machen ich war ganz klar aber wir können gleich kommen also auch ja 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 ich gehe mal in die andere richtung so mir dort einen neuen generator da war mir ist weit da hinten ich glaube sie mochte mich auch nicht so wirklich weil ja ich habe ich wusste aber nicht wohin ich rennen sollte kann ja nicht so dann habe ich den vorne hatte ich ja ein der will mich ganz klar ist so umgedreht verdammt er hebt dich zu mir ja ich habe ich hatte vergessen dass ich hier ist aber auch schon alles weg irgendwie weißt du wie ich das hasse wenn sie weiß dass der andere verfolgt wird und sie halt nicht noch nicht mal heilt oh er hat auch popguss sowieso die fahren halt direkt ab und mal wie krass sie abfahren ja aber er ist cool es bist du denn ich bin nur spinnt weil ich habe angst wo er war geschaffen wir trotzdem nicht drei generatoren wo bist du denn nee du sollst mir sagen wo du bist und ich bin keiner näher ja nee ist jetzt auch kein gutes komm her weil wenn wir uns an den generator und teilen das ist halt ziemlich dumm weil das ist der ort da wo er nachgucken wird gehen wir verschiedene wege oder bleiben wir zusammen wir bleiben zurück zusammen sehr egal egal wir machen das eh nur noch punkte farbungen da vorne ist er läuft aber gerade weg er kommt zurück ich schrei mal das weil mich dafür such auf ist einer bei dir ja er ist bei mir er hat mich gleich Ich bin langsam gesprungen, mann, hey, das... Hebt er dich? Ja, er hebt mich hoch. Warum mooriert er mich nicht? Das ist ein ziemlich cooler Killer. Ich bin unmoorriable. Das ist jetzt überhaupt nicht, ja, muss ja. Nice, sehr gut. Boah. Boah, ey. Sehr gut. Was für eine Runde. Du hast echt abgeräumt, ne, diese Runde. Nee, ich bin nicht der Meinung. Guck mal, wie wenig Generatoren wir gemacht haben. Ja. Das ist ärgerlich. Ja, aber immerhin, ich habe einen Pip dazu bekommen, gerade so. Immerhin. Der Killer hat echt gut gespielt, also so... Guck mal, er ist Rang 10, das sagt halt gar nichts aus der Rang. Ja. Ja, er hat einen Mori dabei gehabt, aber er hat da richtig gut gespielt. Ich verstehe nicht, warum, ne? Warum hat er mich nicht gemoriert? Das ist richtig. Guck mal, ich bin halt auch der Meinung, ich weiß gar nicht, wie wir... Alle Überlebenden, die festgehakt wurden, eigenständig zu töten. Er hätte alle... Er hat dich wahrscheinlich aufgehangen, weil er so dachte, ähm... Dadurch sieht er mich vielleicht. Oder er dachte... Weil dieses... Nein, durch dieses... Er hatte doch bestimmt... Barbecue und Chili. Ja, genau. Wenn er dich nicht aufhängt, dich, sondern killt, dann kann er mich halt nicht sehen. Aber ich war in einem Schrank. Gleich für ihn. Dass er gegen Yaga spielt. Und... ja... Er hatte noch... Nöds... Und Popkos zu Wiesel, das wussten wir ja. Und Verblüffen wussten wir auch. Er hatte ja eigentlich das volle Programm, ne? Nöds, Popkos zu Wiesel. Gucken wir mal den anderen, ähm... Twitch-Spieler. Entscheidungsschlag. Selbstversorgung. Adrenalin und eisernen Wille. Guck mal, Ego-Perks. Ja. Ja, aber er spielt halt alleine. Er... Er geht halt auf Ego-Perks. Ja, guck ich... Wir... Wir versuchen halt so, dass wir uns aufeinander abstimmen. Das ist nicht so... Ich meine, guck mal... Baujahr zum Beispiel, Duster auch dabei. Aber mit den Heilen versuchen wir halt nicht... Oder sowas. Ich meine, das ist gar nicht so verkehrt. Damit kann er ja Zeit rausschlagen. Hat ihn aber auch nicht so gebracht. So viel gebracht. So. Ähm, ja. Bis morgen denn. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich bin momentan so shittig bei... Dead by Daylight. Das ist ein echt cooles Gefühl. Wenn man das eine Weile spielt, dann... Beginnt man so dieses... Nervenzellen sterben ab. Ja, Nervenzellen sterben ab. Kennt ihr dieses Syndrom? Ja. Ja. Auf 500 Stunden beginnt das. Ja. Dann hat man keine Angst mehr. So ganz einfach. Nein. Aber das ist dann eher so, dass man dann so logisch überlegt... Okay, ich mach jetzt das, weil das bräuchte ich noch. Ich will auch ein bisschen mit dem Rang steigen. Mal sehen, wie weit ich komme. Und ja, ihr wisst ja, mein Höchster war ja schon mal zu Rang 2. Mal sehen, ob ich irgendwann mal... Ja, bestimmt irgendwann mal. Ihr werdet dabei sein. Bis dann. Und vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, wenn ihr mich weiterempfehlt. Vielen, 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 vielen Dank. Bis morgen denn. Und tschüss. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss, Elie. Tschüss.